Nein, das ist ja Wahnsinn. Wir machen da Studiaufnahmen und ja, was macht er? Was machst du? Ja, was mach ich? Ich bereite mich vor auf die Aufnahme. Ich hab mich auch vorbereitet. Ich hab zum Beispiel nicht Gitar gespielt. Ja, du hast was gegessen. Ja, das ist auch was. Heute lebt man gerne demokratisch. Das ist doch allen sehr sympathisch. Ja, weil die Mehrheit bestimmt, welchen Kurs man nimmt und schwingt sich fair aufs hohe Ross. Man bringt ihn wieder los. Ob Alltag, ob Wirtschaft, ob Regierung. Wir kämpfen für Demokratisierung. Nur ein Bereich auf Teufel komm raus. Kommt ohne Basis raus. Die heilige Mutterkirche hat damit nichts zu tun. Wer im Besitz der Wahrheit ist, ist in Demokratie nur. Wenn die Kirche spricht, werde ich mich nicht und nehme alles hin, weil ich katholisch spiel. Ein kritischer Freund konnte es nicht fassen. Ihr dürft euch das nicht gefallen lassen. Bei euch herrscht im Grund ein Altmännerbund. Der Schwanz wedelt mit dem Hund und das ist nicht gesund. Du sprichst, sag ich drauf, so wie am Biertisch. Ein Gläubiger denkt doch nicht zu irdisch. Er zahlt den Kirchenbeitrag blind und lässt sich führen wie ein Kind. Die Kirche will ich loben, nicht die Demokratie. Alles Gute kommt von oben, das Lehramt hilft sich nie. Wenn die Kirche spricht, werde ich mich nicht und nehme alles hin, weil ich katholisch spiel. Die Kirche ist in der Kirche ist in der Kirche.